Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und diesmal haben wir in Minecraft Tag it to light, wenn ich es richtig ausspräche. Ja, ich schaue mal die Musik an. Und ihr seht, der Server ist am laggen wie sonst was, aber das ist nicht so schlimm. Ich würde mich gerade mehr hier filmen über diese roten Lichter. Was sind das für rote Lichter? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir schon ein bisschen was auf diesem Server hier gespielt. Ihr seht auch, der Server ist hier ein bisschen... Ich glaube, das ist bei mir das Texture Pack. Das Texture Pack wird mir nicht angekannt. Ich spiele immer mit der normalen Minecraft-Beson. Da sieht man ja, sieht ja hässlich wie sonst was aus hier. Aber naja, okay, gut. Nee. Alles klar. Ciao. Willkommen. Jut. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich schaue jetzt einfach mal überall hier fackeln erstmal hin. Oh, so. Zack. Oh ja, man kann nichts einsammeln mehr. Nice. Let's get's. Gut. Schau mal an die Musik. Ist das nicht allzu laut? Ach, du Kacke. Ist das am laggen, ey? So ne Scheiße. Okay, heute haben wir noch genug. Äh... Ich weiß gar nicht, wie man das hier verarbeitet. Okay, alles klar. Gut, wir tun uns trotzdem mal hier rein. Werden ein bisschen gefarmt, habe ich das schon, wie man sieht. Äh... Habe nur ein bisschen wie gesagt. Wann möchte ich das noch mal in die Farm-Beson gehen? Äh, ne? Hier haben wir auch alle diese komischen Punkte. Nice. Ich habe keine, was sie bedeuten sollen. Ähm... Okay. Ich hätte vielleicht noch ein paar Spitzhacken mitnehmen sollen. Aber egal. Passt schon. Lauf mal diesmal in die Richtung hier. Ich bin mal in die Richtung gegangen, aber ich will jetzt mal in die Richtung laufen. Ja, das ist jetzt übrigens für mich, äh, das gefühlt, äh, nach über einem Monat, äh, Let's Flair aufnehmen. Immer so, by the way. Ihr seht, hier haben überall schon Leute was gegraben und so weiter. Die haben auch schon Maschinen und so. Die, äh, ja, die das für die übernehmen. Das habe ich noch nicht. Dafür habe ich einfach zu wenig Ressourcen und alles. Die kostet einfach wie Arsch und, ja, ich bin mal froh, wenn ich jetzt ein bisschen Essen finde. Den Essen habe ich ja auch nicht mitgenommen. Idiot. Egal. Egal. Schafe geben leider in der Richtung noch kein Essen. Ich fliege, glaube ich, auf 1.6.4, meine ich. Irgendwie sowas. Ich glaube es. Ich bin mir sicher. Also von der Minecraft-Person her. Ich bin mir mir sicher. Und ihr seht einfach, der ist sowas auch Übels am Leggen. So. Teilweise macht das die Echtkeit voll. Teilweise kann man Sachen, die man abgeholtzt hat oder so weiter, nicht mehr einsammeln. Alles gesichert natürlich. Schade. Vielleicht findet man hier irgendwie so ein schönes Holz oder so. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und ich ignoriere jetzt einfach mal diese roten Linien. Abenteuer sind dann auch bisschen ein bisschen. Der ist halt im Hintergrund der Richard III Soundtrack. Der einfach nur bombastisch ist. Oh, ich kann wieder. Und ich glaube, wir müssen noch etwas zum Neues. Ich packe einfach schon was anderes mit dir. Ich muss leider echt nochmal zurück, weil ich kein Essen dabei habe. Das ist leider echt ein Problem. Ich kann eigentlich schon mal ein bisschen Weizen sammeln. Kann ich mir mal eine kleine Farbe machen? Guck mal da. Oh, jetzt geht es doch. Interessant, was ich weiß, wie viel Samen kriegt. Alles klar. Ciao. Willkommen. Mal komm schon. Gib mir irgendwas Tolles. Ne, ach komm, wir haben auch nichts angesammelt. Nice. Und hier. Einfach mal alles mitnehmen. Mal so. Ich bin auch hochkrutzt, darf ich immer merken, ne? Das habe ich eigentlich die ganze Zeit dasselbe Holz, aber natürlich gut. Man kann ja nie genug Holz haben, ne? Das sind immer sehr interessante Bäume, die können sich einfach in die Erde eingraben. Das ist ja nice. Habe ich auch vorher noch nie gesehen gehabt, aber das ist auch das erste Mal in Minecraft auf so einem Community-Server zu spielen, aber gemerkt. Ja, ich spiele das erste Mal in Minecraft auf so einem Community-Server. Okay, weg einfach hier so wieder. Nice. Erde kann ich eh mitnehmen, weil ich eine eigene Farm bauen will bei mir. Ich glaube, ich kann ein bisschen Erde mitnehmen. Sex Erde, ich weiß nicht, ob das reicht. Ich habe keinen Eimer, ich habe keinen Eimer. Ich brauche eigentlich noch Wasser. Fällt mir so gerade ein. Alles auf, nice. Dann nutzen wir einfach die Folge hier einfach nur, um ein bisschen Holz und so zu fahren. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Musik ist etwas laut. Also zumindest bei mir ist die extremst laut gerade in den Kopfhörern. Ja, okay. So, okay, ich sollte jetzt immer nach Hause üben. Denn ich bin eindeutig vom Fungern. Aber komm, erst jetzt. Zocke. So, ich bin eindeutig vom Fungern. Ist das denn okay? Aber die brauchen wir später noch. Ähm, dann bleiben wir noch. Ähm, dann bleiben wir hinten. Laufenkerne, Kürbiskerne. Kakao und woher. Okay. Boah, Junge. Ja, ja, leider, leider. So, alles klar. Gut, äh, die Wolle brauchen wir nicht. Warte mal, die hat nicht mehr mit. Ich brauche aber noch was mit einem Eimer. Da ist ein Eimer. Dann nehme ich aber zwei Eimer Wasser mit. zack, zack, zack. Das ist alles immer hier. Äh, jut. Ähm, 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 Was wollte ich noch? Ich brauche Sticks. Was hier noch? Reisen. Reisen. Ach, ich habe hier ein schön viel Reisen. Meister, da ist er. Meister, da ist er. Ja, man kann auch nicht ziehen und so. Das ist auch ziemlich nervig. So. Blub. Zack, zack, zack. So, da sollten wir genug Spitzsacken haben. Einmal haben wir. Ja, das klappt. Warte mal, nehmen wir noch mit. So, nehmen wir hier. So, das sollte eigentlich reichen. Dann gehen wir wieder zurück in die Farmwelt. Äh, woa. Farm. Welt. So. Gehen wir einfach hier hin, wenn das geht. Und bedienen uns auch hier am Wasser. Oder nicht, oder geht nicht, natürlich. Schade. Eio. Alles klar, alles klar. Jetzt müssen wir hier rumlaufen, damit wir überhaupt nicht an Wasser kommen. Nice. Aber hier müssen wir eigentlich Wasser nehmen dürfen, glaube ich. Oder, oder? Nö, nee, das machen wir noch nicht. Okay, jetzt extra so ein geschütztes Areal. Damit wahrscheinlich auch keiner einfach so den Spawn einfach abbauen und dann einfach in den Spawns einfach in den Tod fällst oder sowas. Keine Ahnung. Hier müsste es selber gehen, ja. Hier geht's. Nice. Ach, schon mal sowas da einmal. Gut. Dann, wir gehen uns jetzt mal auf Erkundungstour. So, jetzt habe ich bei mir mal selber die Musik ein bisschen leiser gemacht. Aber jetzt ist das Spiel auch leiser natürlich. Ich weiß nicht, ob man das Spiel auch hört. Also ich habe das Spiel eher leiser. Falls das sein sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Das wird dann jetzt die Folge anders sein. So, dann gehen wir doch noch mal hier hin, wenn ich hier runterkomme. Ja, komm mal runter. Dann weißt du, wir werden mal hier gucken. Hier war auf jeden Fall schon mal einer. Das wird also auch nicht zu viel erwarten. Na. Aber da haben wir noch schon mal was direkt hier. Das nehme ich mit. Ich weiß noch nicht, wie viel ich den ganzen Kram brauche. Aber ich nehme ihn einfach mit. Marple. Marple ist eine Solution, habe ich gehört. Aber gut, ich habe es ja. Ich habe gar nicht, was das ist. Da ist jetzt auch so ein bisschen Sandstein. Sandstein, so. Nehmen wir mal mit. Ich muss, wie habe ich das schon erwähnt? Ich weiß das gerade nicht genau. Muss ich ja auf der Standardversion vorbei, Quifte spielen. Wie es mir beim Aussehen hier. Weil einfach die Texture Pack bei mir nicht funktionieren. Ich habe es schon gerade eben gesagt. So, ich kann mal hier nicht hoch. Jetzt komme ich hier hoch. Ah, es ist sehr viel Wasser. Mal gucken, mal ein Eisen. Ist auch eine Ungewöhnung, wieder jetzt die ganzen alten Icons zu gucken. Beziehungsweise alte Grafiken zu gucken. Das ist ja heftig. Richtig Ungewöhnung. Aber die Funke mache ich auch nicht. Ich habe eh die Ehrlichkeit auf over 3000. Ich habe sie echt hoch gedreht. Deswegen brauche ich auch nicht. Hier ist ja auch so eine Fackel eigentlich. Dazu sieht man alles super. Ja, ja. Was ist das schon? Ich muss mal. Ach ja, mal wieder Farben gehen. Wie lange habe ich das bei Minecraft auch nicht mehr gemacht. Das ist auch schon Ewigkeiten offen. Oh, jetzt kommt hier das Schösswasser. Ja, ich habe das, was ich wollte. Habe ich bekommen. Und da sehe ich Kopfer. Warte, da ist ein Küper. Ne, das ist ein ganzes grünes Zeug. Ich kann nur direkt mal abchecken. Oh ja, ganz viel Kopfer. Nice. Ich habe mich auch so, weil ich weiß, wie Sand am Arsch. Keine Ahnung. Habe ich eigentlich schon damit, dass ich die Tech-It-Light-Version spiele. Nicht die normale Version, sondern die Light-Version. Ich weiß auch nicht, warum wir die Light-Version spielen. Aber hat das Taylor auch so entschieden. Ist ja, aber gut. Also, das ist die Oranium oder so. Ne? Die Oranium, das fängt man für Atomkraftwerke. So, weil ich das mitbekommen habe. Und das überlegt mich. Das ist auf jeden Fall nice. Denn, äh, ja. Äh, mach ich schon. Was machst du unter alles, wenn ich bezacke, kaputt? Aber egal. Zack, zack. Oh, guck mal, da sehen wir noch was. Das sieht auch aus wie Kopfer. Hat das noch mehr Kopfer. Da komme ich nicht dran. Nice. Ja, so steht vielleicht. Ja, da komme ich dran. So, nehmen wir die ganze Kohle hier mit. Die Farbenwelt hier auf dem Store wird auch nur jeden Monat einmal review-set. Das finde ich ein bisschen doof. Denn, ja, bei, hier sind es schon, äh, 75 Leute waren hier, glaube ich, drauf. Ein paar oder passen hier drauf. Ich weiß nicht, wie viele jetzt hier wirklich drauf sind. Oder auch, ob es sogar mehr sind. Kann ja sein, dass es immer zu den Zeitungen reinkommen, ne? Auf jeden Fall finde ich es persönlich doof, weil, äh, ja, man muss ja inzwischen wirklich extreme Wege zurück in, wie gut jetzt hier. Äh, bin ich jetzt schnell da gewesen. Aber, äh, hier kann ich auch nichts mehr groß erwarten. Eigentlich war hier schon eigentlich alles abgefahren, blöde. Zack, zack, zack. Alles klar. Achso, jetzt habe ich diesen komischen Warp-Boost an. Alles klar. Natürlich auch nicht den Einsatz und so weiter, deswegen, wir kommen einfach irgendwann mal, dann haue ich einfach ein paar, fünf Löcke weg und dann ist gut. Lass dir da ist er. 15 Kupfer schon, cool. Na, auch in Wien. Die können auch gebrauchen. Brauche ich jetzt einfach mal. Oh, nicht weniger. Wieder mal, nice. Das war's aber, schade. Hey, bin ich blind oder so? Ah, hier schon die Hülle einlaufen, hat sich der Sprung hier voll gelohnt. Na, von mal zu, okay, ne, hier ist nix, alles klar. Ich verstehe echt nicht, was es mit diesen Linien auf sich hat, ey. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe gesagt, ich habe einfach diese Standard-Bots installiert, die halt der, äh, Klient hergibt, weil es geht auch über den Tech-It-Klient. Daher, ich habe jetzt auch keine unerlaubte Mods. Also, jetzt, keine Ahnung, wofür sollen wir jetzt irgendwie die ja anzeigen oder sowas. Ja, natürlich cool, aber... Vermeise ich halt nix. Und jetzt auch, oh ja, doch hier, hier war auf jeden Fall schon mal probiert, dass es runtergeht. Okay, es hat aber eigentlich eine Maschine gegraben, oder sie haben auf den Scheiße liegen lassen. Gut, ich weiß selber nicht, ob ich auf den Scheiße blow, daher... Ich nehme ihn einfach mal mit. Und da sehe ich Eisen, nice. Ich mache einfach mal hier mit so einen Weg hin. Ey, 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 lass mich mal mit meinen Eisen. Das ist wichtig, Eisen. Habe ich dir irgendwas gehört gerade? Okay. Ich habe mich auch keine Lust, von deinem Kühl bei die Luft gesprängt zu werden. Kann man ruhig verstehen, oder? Ja, kann man, glaube ich, oder? Okay, ist nix. Und, kommen wir noch rein? Oh, komm hier. Oh, je, je. Das sind hier alles für Ressourcen. Drücken wir alles abbauen hier. Jetzt lebt es auch gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl, aber egal. Ach, soll uns jetzt gerade nicht stören? Ist ja eh. Cool, jetzt können wir den hier vielleicht abnehmen, oder was? Ach, war ein dieser blöde Server. Das mag der, oder wie die Dinger hießen. Jo, nice. Einfach fünfmal abbauen, das mag ich... Alter! Macht ja so viel Spaß. Und hier Flieger war alles rum, und ich kann es nicht aufsammeln, nice. Hey. Was jetzt? Na, jetzt geht es wenigstens nice. Oder ein Weg zu halten, da liegt ja auch noch was. Okay, jetzt wird es langsam zu gehen, alles klappen. So, so, hier haben wir ein Skelett. So, ich habe noch kommt ein Skelett, gehört richtig. Schneezer-Spritze, geh. Aufs Neisen, das nehmen wir mit. Und da geht es einfach mal ganz tief runter, nice. Hätte ich jetzt schon, was habe ich schon öfters gehabt. Ich habe auch schon, äh... Ich habe auch schon, äh... Hier ein Loch gehabt, das ist wirklich nur ein einziges Loch. Es war einfach so groß. Es ging einfach einmal komplett durch. Bis zu einem mit der Map. Ja, war geil. Der Starr eingefallen, wäre vorbei gewesen. Und ich hätte meines auch noch nie wieder bekommen. Ja, wäre ich froh, dass ich nicht da eingefallen bin. Und da ist noch ein Zombie. Oh, Mr. Zombie, es tut mir doch leid. Oh, Eisen. Und Gold, ich dauere noch. Bei Gold ist das Milch um das Eisen. Aber hier ist ja eine Menge Eisen, nice. Oh, richtig viel. Nice und da ist er. Richtig, richtig nice. So, und, äh... Als ob der Server jetzt alles wieder zurückgebackt hat. Ja, das macht natürlich super viel Spaß. Und ich kann mir da nix aufnehmen, geil. Natürlich geht man nicht mit Zirke weiter kaputt, wisst ihr. Lass uns doch mal die Scheiße hier auf. Ey, danke. Das ist ja noch wieder ein bisschen Oranien. Komm ich da ran? Nein, das scheint man nicht. Aber ich mach mich einfach gleich hier hoch. Dann komm ich mich da ran. Denn das scheint auch ein bisschen wertvoller zu sein, das Zeug hier. Was schneiden wir noch mal ab? Bei Junge. Haben wir es jetzt bald? Ist ja nervig. Und jetzt ging das. Kann ich das schlechte Teil jetzt auch aufheben. Ja, nice. Hab's auch nicht bekommen. Na ja, wir haben dort noch mal ein bisschen was. Dann nehmen wir das noch mit hier. Ich hab keine Ahnung, was das ist, aber egal. Wir werden's wahrscheinlich später brauchen. Und deswegen muss einfach mal mit. Hier habe ich übrigens noch keine gefunden. Aber ich spiele auch vielleicht seit gestern. Ich hab jetzt hier vielleicht gerade Spielzeit von drei Stunden drauf oder so. Also ich hab mich jetzt echt erstmal aufs Fahren konzentriert. Und heute mein Haus so ein bisschen bauen. Das werde ich auch gleich noch weiterbauen. Okay. Diese Legs sind furchtbar. Sind richtig furchtbar, finde ich. Für Kohle haben wir denn. Vielleicht eine Kohle heißt es noch. Kann ich jetzt aufnehmen? Ja, nice. Ah, da war's. Ja, hab ich ganz übersehen. Ist ja nicht so toll, wenn ich hier was übersehe. Aber komm, hier ist noch mehr. Einfach alles übersehen dafür hier, ey. So. Was aber komm, ich hoffe mal. So, Kohle war ich jetzt voll. In der Kohle war ich voll. Beziehungsweise ich werde nicht noch mehr Stacks tragen. Ah, das war's. Ah, das war's. Wir fahren nämlich für Eisen 48. Haben wir schon. Okay. Das ist hier gar nicht mehr so schlecht. Hier kann. Komm, da komm ich hier wieder hin. Nee, jetzt ist der Zombie. Warte mal, können wir uns da Zombie mal heben. Ja, ich muss aufpassen. Nicht, dass ich jetzt... Heißt, ob ich doch trifft. Vor allem bei Creepern ist das mega lästig. Richtig lästig ist das bei Creepern, ey. Da ist Skelett. Alles cool. Ich hab noch von mir runter. Wenn Weg zurückfinden, überhaupt nicht. Ich komm schon einfach nach Hause und teleportieren. Das ist das Coole. Und da habe ich einen Creeper. Nice, da ist er. Lass mich bloß nur durch das Coole. Ich suche oder nicht? Okay, das stimmt. So, jetzt ist es nice. Oh, das sind halt die Delays vom Server. Oh, jetzt kommen sie zum Tech-Team. Alles klar. Wir sind hier jetzt aber bei Taget, aber nicht bei Tech... Äh, bei, äh, bei Tekken. Ja. So, und dann ist es einmal... Ah, ja. Da trifft er mich. Und da trifft ihn einfach nicht. Ja, nice. Jetzt stirbt er einfach. Was ist das Zombie? Nein, der will einfach nicht. Okay, mein Gott. Was soll da droppen, ist das mega? Redstone auch nicht mehr. Ich bin da auch nichts von. Welche Robben? Ich hab hier... Ey. Das ist eigentlich die perfekte Dia, oder? Ja. Ja. Ganz aber schon gefankt, oder? Wahrscheinlich, dass er sich hier... Okay, wir müssen hier... Äh, wir machen den Adblock. Hap! Hey, 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 hey. Ich hab dann da die anderen... Oh, guck mal, wir haben sogar Dias gefunden, ne? Ey, sogar richtig viele. Jetzt hör auf, wofür du bist so bang, ich sag, was sind meine Dias? So, jetzt gib mir meine Dias. Oh, meine Dias. Oh, nice. Sieben Stück haben wir bekommen, richtig geil. Oh, sieben Dias, nice. Jetzt bin ich in die Uhr hier gegangen. Richtig nice, da ist er. So, dann kann die Dias, oder? Ne, das war dieses komische Nikolai, das brauchen wir aber irgendwie nicht. Zumindest habe ich auch schon arschvieh davon. Dieser Server, ey, dieser Server. Das Nikolai-Durchmesser ist wieder weg. So. 13,5 Jahre, aber egal. Ich hab mir jetzt noch mal mehr Haken gemacht. Das ist kein Problem. Richtig nice, da ist er hier. Das haben wir schon irgendwie nix haben, für mich noch irgendwas. Dann können wir uns noch weitere Bios und Versorgung geben, wie das noch haben. Hier haben sie einen Lutsch gebaut. Und wenn sie es jetzt so weit gemacht haben, da auf Pesch. Ja, baut dich da zuerst, ne? So, ich sag's einfach mal. Diese Legs of Server, die sind doch nicht schön. Yo, jetzt sollten wir auch noch rumgeportet. Nice. Yo, 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 alles klar, alles klasse, aber alles klasse. Beruhig dich, raste dich aus. Alles klasse. Ich hab einen Willkommen. Alles klar, alles klar. Alles klar. Alles klar. Das Eisen nehme ich mir auf jeden Fall wieder mit. Ne? Das denke ich mir. Schön viel Eisen, bitte. Und das cool ist auch, dass hier die ganzen Level, die ich jetzt habe, ist einfach nur durch das Erz abbauen und sowas. Aber das sind doch auch Dios hier, ne? Das sind doch auch Dios hier. Nice. Noch mehr Dios. Es war nur zwei, aber egal. Wo war noch ein bisschen hier rum? Vielleicht finden wir doch noch einen hier. Ist ja hier immer versteckt. Komm schon, gib mal noch einen. Noch einen, komm schon, komm schon, komm schon. Und war noch nicht nur zwei, ach schade. Okay, muss ich jetzt aufpassen. Dann habe ich was verbösen, wenn man weiß. Jo, gut. Gut, 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 gut. Und den. Oh nein, es hört nur ein. Äh, Coutlestone. Das war nur Redstone, aber ich muss das jetzt auch mal zerfließen hier. Und ich brenne als ob. Ich kriege aber auch gar keinen Schaden. Okay. So, der Scheiß jetzt. Fang dir halt einfach nicht auf zu fließen. Alles klar. Mach schon zu. Der hat einfach nicht auf zu fließen. Und das. Aber es ist ein Klinik. Damit ich denke, ich bin hier so schneller. Und ich bin hier so. Und das habe ich die Klinik. Aber ich habe es nicht mehr so geschrieben. Und ich bin hier so glänternd aus. Und jetzt habe ich die Klinik. Und dann habe ich mir das Klinik. Und das ist ein Klinik. Was haben wir denn hier? Müssen aufpassen nicht, dass mir die Lava auf den Kopf fällt. Oh, das ist selber, ne? So, das eisende Stoff hier noch rum. Ach so, hier sind die erste, oder? Die erste sind keine Dias. Ah, jetzt können wir zum Bestrotz mal rein. Okay, den Lava hier hält sich sehr, sehr merkwürdig für dich. By the way. So, irgendwie war dein. Wir machen mal den, so. So, genau. Hauen wir mit dem Schwert ab. Einfach weil das cooler ist. Kann ich ja voll verstehen, dass wir das machen. Aber cool, da haben wir unseren ersten Dias gefunden, schon mal. Noch ein Stück noch mal hinten. Jetzt inzwischen. Oh, guck mal, da habe ich auch noch Eisen übersehen. Ey, was bin ich denn hier heute für eine Trantüte? Das ist das schöne, schöne Eisen, ne? Schauen wir mal hier so ein bisschen rum. Hier vielleicht noch was Schönes finden. Das ist ein Redstone. Ja, das ist cool. Da bin ich nicht lang. Ich habe mich ja eher für niedrigere Ebenen begeben, halt wegen Dias. Und das sieht auch so schön ausgehoben aus. Als könnte man hier immer Dias finden, ne? Das ist Dias. Das ist Nicolait. Alles klar. Ciao, willkommen. Das ist Rundstein. Ich glaube, wir sind noch zu tief in Dias. Zack, zack, zack. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier gemacht, ey? Da frage ich mich gerade. Und bei mir ist es jetzt wieder fünf. Ich hoffe, ich habe mich auch noch immer zu niedrig, ja. Was haben wir denn hier? Ich muss jetzt durchschauen und hoffen, dass mir keiner noch fällt. So, ich bin gebrauchen. Ach, die haben wir noch ein Stück hatten. Das haben wir hier, ne? Die nehme ich auch noch mit. Da muss das Eisen. Das ist auch noch mit. Komm, mehr damit. Da ist noch keine Robina. Okay, das Redstone. Alles klar. Tschau, willkommen. Das ist wirklich auf jeden Fall. Ja, so. Zack. Das ist nett. Leider nicht. Als ob ich jetzt wieder brenne. Hier hat einer einfach ne Fackeln gesetzt. Kunststein. Alles klar. Hab ich da gerade was gesehen? Ups. Ne. Ich hätte gerade mal irgendwo nie ein Erz gesehen gehabt. Aber es sah aus wie die, ja. Aber... Jetzt sehe ich gar keinen Erz mehr. Geil. Stopp. Ja, gut, ne? Da sieht man immer, was man mit diesem komischen Konstruktor und so weiter aufbauen kann hier, ey. Ist ja echt heftig. Jetzt mal wieder zurück. Zu der Fackel. Kleinen Anhaltspunkt. Erstmal hier in die Richtung, muss ich sagen. Vielleicht auch irgendwo im Kreis, ich weiß es nicht. Aber ist auch egal. So ein bisschen höher. Ist ja eine gute Höhe. Vier Diamanten eigentlich. So. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen zu hoch. Na komm, hier haben wir auch noch einen Weggang. Jetzt sind wir immer Diaz freigelegt, wer weiß. Ich muss sagen, der Gang ist eigentlich zu hoch. Würdest du gerade sogar behaupten. Um Diaz zu farmen. Na gut. Was war denn hier? Wie war das? Ein Saphir. Alles klar. Wir haben Saphirian gefunden. Nice. Also ich glaube, ich lasse auch mal hier unten rein. So. Jetzt anfangen wir jetzt in die Richtung. Ach man, ey. Dieser Server. Oh. Das ist nicht nervig oder so, ne? Nein, nein, nein. Oh ja. Haben wir noch mal wieder ein bisschen Eisen gefunden. Nice. Nice. Ich versuche jetzt übrigens jetzt, wo ich wieder so ein bisschen die Freude am letzten Plan gefunden habe. Ja, ich hatte vorher gut Feuerwehren. Die Freude nicht wirklich. Aber ich war jetzt auf neben Ränder und so weiter. Ich war doch ein bisschen in letzter Zeit nervig, kann man sagen. Fast schon. Ja, es hat mich gestört ein bisschen. Da. Deswegen habe ich auch lieber gestreamt. Weil da hatte ich einfach... Das konntest du nicht. Du konntest aber auch den Leuten so zeigen. Ey. Dieser Server. Das ist echt schlimm. Wir können wissen eh gleich wieder zurück. Weil wegen Essen und so. Ach komm mal. Vielleicht finde ich ja noch... Finden wir noch mal eben eine Dia-Quelle. Wäre super. Soll ich auch nicht mal vor mir abbauen. Das ist glaube ich eine Redstone. Ja. Ist eine Redstone. Alles klar. Brauchen wir nicht. Da komm mal Eisen. Nice. Nicer, nicer Eisen. Aber das gefällt mir, dass wir die auch haben. Ja, ja. Nice. Kann man sich mal eine tolle... Oh, okay. Bin ich also fast schon wieder im Spawn oder wie? Ist das richtig? Ja, bin ich wirklich. Nice. Man sieht ja oben rechts eine Karte. Auf die ich irgendwie nie achte. Das sieht man tatsächlich im Spawn. Habe ich gerade Hunger dazu bekommen? Ich weiß nicht gerade noch auf drei Hungerbalken. Bin mir nicht dagegen. Okay, okay. Okay, es geht doch nicht. Ich dachte gerade. Alles klar, dass hier das Nikolai jetzt zeigt. Da brauche ich aber nicht. Nikolit, Sohn, nicht Nikolai. Das ist ja dasselbe. Nikolit, Nikolai. Alles klar. Ah, komm, wir haben hier in die Höhle gefunden. Da waren wir schon in der Höhle hier. Aha. Guck, die geht einfach hier sogar in den Spawn rein. Die durften also hier farmen und wir nicht. Ah, hier darf man noch farmen. Okay, alles klar. Und Dias. Jetzt darf ich das nicht, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Ey, das ist doch... Ey, das ist doch... Ey, das ist ja liegender Dias vor allem. Und man darf nicht abbauen. Man darf die eiskalt nicht abbauen, Dias. Darf nie abbauen. Hier darf man die abbauen. In diesem Fall steht auch keine Dias mehr. Sohn, warum die jetzt liegen lassen wurden, ey. Das ist doch mega mies. Jawohl. Wollt einfach mal bis zur Erde. Ups. Hier find ich auch nix mehr. Ne. Ne. Warum diese Nikoloi-Zeug? Ne. Oh man. Schade. Schade. Schade, schade, schade. Ah, hier sieht man, was die Leute hier alles gefarmt haben, ja. Richtig krass. Hauptsache ich hab' immer Pilze, ne. Hauptsache ich hab' immer Pilze, ne. Hauptsache ich hab' immer Pilze, ne. Gut, dann glaub ich, wir sagen, wir gehen mal nach Hause. Ups. Ey. Achso, ich muss das Z zu. Erst T drücken, klar. Für den Chat. Na ja, klar. Ich bin dumm. So, tun wir hier Schwarzpulver rein. Nehmen wir auf jeden Ofen. So, tun wir hier mal das ganze Eisen rein. Hier auch noch was, äh, und tun wir auf das rein. Geht gut. Ja, wenig, relativ wenig. Tun wir hier das Gold rein. Aber hier eine Menge. Und dann wieder mal das Eisen rein. So, hier tun wir einfach mal den Kupfer rein. Und hier tun wir einfach mal das rein. Dann lassen wir hier das raus. So. Oh, alles klar. Das lag nicht. Das lag nicht. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. So, das ist das. So. Hier so noch. Zack. Zack. Ich denke, wir haben eine Kuhle drin. Aber da hat eigentlich genug drin. Egal. Und dann müssen wir. So. Okay. Warten, was der hier raus ist. Dann können wir hier noch mal eben Silber das rein schmeißen. Ich kenne den Köln schreiben. Ich muss den einfach mal rein. Ich weiß, was ich mit dem gemacht habe, mit dem Nikolitor. So. Oh, gut. Ich will es euch noch zeigen. So. Hier haben wir jetzt viel Eisen. Ein bisschen Eisen drin. Der Blast drin. Wie er so ein bisschen durch ist. Ich schaue, was wir das noch rein. Ah, alles klappt. Hops. Hm. Zack. Zack. So. Ich messe das alles hier noch ein bisschen rein. So. Die Wasserhalle auch. Die Fackeln auch. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Aber ich brauche Futter. 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 Futter muss ich auch mal langsam wieder besorgen. Der ist heute langsam knapp. Okay. Wo kommen wir jetzt nur zwei. Nice. Und sechs Zitze kaufe ich noch. Ich kaufe den Bursch mir einen Keller. Der Bursch mir für so einen Keller. Und der Bursch dann anfangen. Mach ich dann mal eine Schaufel. Außer meine Goldschaufel. Ja, da habe ich dann sogar noch eine Schaufel. Nice. Alles klar. Dann mache ich Schärf als Maul. Mach ich mir in die Höhle hin. Mach ich das noch ein bisschen auskleiden hier. Äh. Dann holen wir den auch noch weg. So. Ich hoffe, dass ich mal auf vier legen. So. Dann kann ich mich mal hin und her switchen. So. Dann mache ich einfach. So. Sieht schön aus. Von optisch hier. Optisch einfach mal. Reicht das schon? Ne. Ich muss tiefer gehen. Alles klar. Hm. Drei. Ne. Ich muss noch ein bisschen tiefer gehen. Ah, guck mal was wir hier finden. Kupfer. Einfach mal im Haus. Nice. Ich bin einfach mal im Haus. Kupfer los. Richtig viel sogar. Meister, da ist er. Ja. Ich meister drück mal hier rein. Du warst ja glaube ich schon. Ja. So. Äh. Mach ich immer noch Fackeln. Ich muss gucken. Äh. Was ist das hier? Was ist der hier? Bis. 6.100 darf ich gehen. Also. Den hier. Und dem ist der hier. Ist das hier die Grenze sozusagen. Alles klar. Äh. Wer klappt ich eigentlich auch mit Holz aus. Die kleinen fällt mir so gerade ein. Deswegen brauche ich mir immer noch Holz. Schmeiholz. Ja. Alles klar. So. Dann habe ich das ungefähr heiß. Ach komm. Der Streichholtz. Hey ho. Schauen wir mal. Äh. Der Streichholtz ist da. Ist das Streichholtz auch da? Ne ist noch nicht. Okay. Alles klar. Machen wir mal den hier. So. 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 Jetzt komme ich hier nicht hoch. Nice. Einfach mal hier eine Fackel hin. Und die Treppe machen wir nochmal direkt. Ey. Wieso kannst du hier rein. Exo. Äh. Vielleicht sollte ich mir noch sagen. Ich kann auch Namen verwenden. So. Zack. 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 Ich bin. Äh. So. Ob der Bescheid weiß. Na so. Dann bauen wir uns hier einfach unseren schönen kleinen Keller. So würde ich mal sagen. Äh. So. Dann bauen wir uns hier einfach unseren schönen kleinen Keller. So würde ich mal sagen. Äh. So. 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 Ähm. So. 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 Dann bauen wir hier einen schönen Keller zusammen. Aber wenn ich hier die Grafik Bugs hab und so. So. Dann machen wir einfach den so. Und das ist das untere, den ich abbauen müsste. Ist einfacher. So. Dann machen wir hier den Boden ab. Ich hoffe das ändert sich noch bald. Wie ich sag das überhaupt nicht. Ich bin mal so einfach in mein Haus rein kann. Das wüsste ich nisch. Und das hier noch mal machen. Wie ich sag das überhaupt nicht. Dann, wie das auch optisch schön aussieht hier. So. Und so. 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 doch ist ein bisschen eng aber egal was soll es die engeliebt die würze nicht was er sagt denn sowas so ist klar und schon schießt dort anfang ganz mit muss man doch mal sagen oder eine fackel so sieht doch schön aus ich wollte es eben auch hier haben stimmt ja warum ist das eigentlich so niedrig hier und das war so genau so glaube ich auch direkt hier meine holzdecke oben geboren und wir haben hier die menge platz hier unten das ist das aber mal wieder leck wie sau so zack äh dann kann man den nicht abhauen so dann lassen wir den auf der höhe so alles klar und dass mein schaufel kaputt gegangen ist da geht einfach meine schaufel kaputt zack 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 natürlich habe ich jetzt auch nicht genug holz mehr aber egal passt schon ich kann auch an meine truhen ran frage ich mich gerade ich habe nicht so tun das noch alles mal ich habe schon einiges ausgehoben ich brauche Holz ich brauche Holz ist das selbe Holz ja ist das selbe Holz alles klar zack zack vier Stacks jetzt nice damit sollten wir unseren Keller auskleiden können hier ich heiße den Aufwand ich schaffe hier gerade ist sehr heftig so gut dann gucke ich mal eben wie weit ich in die Richtung hier gehen darf ah jetzt hat der hier ne ja warte so also es 17.900 100 zeug schon jetzt hätte ich mal eben noch eine schaufel machen ich müsste ich auch was sehen können hier bin ich schon draußen was also hier ist mein nur ein Stück alles klar alles klar alles klar alles klar alles klar das sollten wir hinkriegen so aber damit es schneller geht gehe ich mal eben schnell eine schaufel machen schaffe ich mal eine eisenschaufel zack hallo oh Junge ich mache die scheißkiste auf so so was hat er mir denn hier gedacht hm danke ups vor lauter Schreck kaufe ich hier kaufe ich hier einfach den Jetpack mal rein nice ein Jetpack da gibt dir lieber Exo mit ein Jetpack ja übrigens ich bin ja momentan sehr am streamen kann ich auch noch ups hä ah doch ich wollte schon sagen so ging doch eine schaufel bin ich ja sehr viel am streamen und der liebe Exo wenn man in Schmeinkwitz spielt ist der dabei und äh rape mischen äh ja in allen pvp-dingern ne der ist echt gut der Junge äh und der ist halt hier mit drauf das ist eigentlich hier so ein so die Idee wie gesagt das ist eigentlich von äh dem lieben äh wie heißt der jetzt äh wer heißt der jetzt genau äh danke ja wird er sich bedanken bei mir der lieber Sailor wenn ich das sage hier so Kleidenwerfer alles hier mit Holz aus so zack 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 mal schauen wie ich von außen das mache noch aber hier mache ich das mal so nice sieht auch schon ganz schön aus so äh in welch in welch weiter darf ich da in die Richtung gehen ist die nächste Frage die ich habe schon mal schauen da hab ich immer noch Holz da hab ich immer noch Holz zack 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 oh 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 no 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 kein Wasser, kein Wasser erde, erde, erde erde, erde erde lass mal so zettere mein ey EXO ich bin grad mein Haus anbauen Dann haben wir da Streicherlz oder wer Jetzt braucht man Das zum Zahn Wen haben wir denn jetzt hier Den kann ich euch mal zeigen So, was macht denn der Exodile Achso, okay, da fliegt ich einfach so Okay, hier ist unser Ketzekoro Haben die schon hier, okay, den brauche ich ja gar nicht Wen haben wir denn hier So, das liebe Streicherlz ist doch da Wusste es doch Nice, so, gehen wir mal hier rein Ich finde es doch cool, dass du einfach Nochmal Slash Lock Was glaube ich, ne Dann hier drauf Brauchst registriert, okay, warum darf der dann hier lang Das verstehe ich nicht So Das verstehe ich dann nicht Warum er dann hier schon lang darf Weißt du, was ich meine Eben schon, also hier ist mein Hausende Alles klar Dann darf ich bis hierhin gehen Alles klar, alles klar Machen wir mal den hier So, nehme ich das aber hier als Eckpfeiler sozusagen Und hier sollte ich vielleicht auch noch nicht mehr zumachen Ob hier kein Monster rein kann So, äh Noch eine Lappe hier In der Lampe sage ich schon eine Fackel hin setzen So, dann haben wir uns hier doch bald einen gemütlichen Hobbyraum eingerichtet, sage ich mal Ach ja, es ist geil So, dann Na, bauen wir mal Löcher rein Genau Kann ich ja so gut Löcher bauen Das ist ja nämlich sogar ein bisschen mit Naruto, das Soundtrack Ja, auch gut Egal So, dann bauen wir hier weiter Denn die ganze Erde muss ja hier weg, ne Geht ja so nicht Wird übrigens hier eine sehr lange Minecraft Folge Aber das seid ihr von mir gewohnt, ne So, eineinhalb Stunden und so, sage ich nur So So, so, so Können wir auch noch was Alles klar So, okay, dann muss ich jetzt noch die Das hier weghauen So, ich weiß noch nicht, wie ich mit all dem Platz anfangen soll, aber gut, ne Aber man kann nicht genug Platz haben, würde ich mal gerade behaupten Ah ja, so, naja, ja, 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 ja so, so, so Ja nice, haue ich direkt mit zwei Böcke daneben, so, 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 sieht doch schon mal ganz nett aus, werde ich doch gleich behaupten, oder, äh, ja, natürlich mit der Axt Stein abbauen, sehr, sehr schlau für, sehr, sehr schlau von dir, vielleicht denke ich auch nicht den Schlau von zwei Gar Eğer da ihn wegmachen, so. so kann man es noch mal kupfer so kann etwas gesehen wasser das da schwelle was so was gefällt mir noch sehr gut das gefällt mir jetzt werden wir noch abbauen hier dann habe ich mir so einen kleinen feller gebaut schon mal richtig nice to dice vor allem wenn ich mir eben auf die uhr schauen denn ich habe heute auch nicht ewig zeit ich muss noch arbeiten und so so, so, so zack alles klar sieht doch wunderbar aus wir werden ein paar fackeln über den bauern jetzt müssen wir leuchten bis ich dann weiß, was ich dort machen werde mal schauen, haben wir auf jeden Fall schon mal unseren keller ausgehoben, nice nächster, nächster wohl, wie gesagt, ich würde eigentlich hier eh das an pflanzen nutzen so, dann haben wir hier oben auch noch eine etage dann später, ne, ach ja, geilo wie ich da morgen werde, weiß ich auch nicht, ich glaube ich werde hier mit stufen bauen aber wohl wird ziemlich heftig mit stufen das alles zu bauen aber egal, mal schauen, wie wir das machen gut, dass wir hier alle den scheiß, den wir gefunden haben den Kopfhörer kann man hier reinschmeißen ich habe sogar einen Zuckerrohr bekommen, ne ist einfach so, ist mir vom Himmel gefallen so, so, so und da ist die Kiste auch schon wieder voll dann nehmen wir für jeden Fall das Essen und so das raus das kann ich auch mal raus das kann ich auch mal reinschmeißen die einmal nehme ich mit hier raus das nehme ich mit hier raus die Pfeile die Samen, die Samen, die Samen, die Setzlinge die Samen dann kann ich auch immer mitnehmen alles klar das schmeißen dann einfach erstmal alles hier rein zack, 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 zack zack, 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 zack so nächste Dace so, jede mit Eisen ach ja, habe ich schon viel Eisen in der Zwischenzeit gefarmt nice gut und dann das nochmal ich habe zwar, wie gesagt, noch keine Ahnung, weil ich weiß, dass ich den ganzen Scheiße brauche aber egal so, Hauptsache ich habe jetzt schon mal dreieinhalb sechs Eisen, das ist gut das ist sehr gut, was ich mal behaupten Juuuut dann würde ich auch mal sagen bauen wir uns da was zu Ende ne genau, ich will das eigentlich gar nicht zu Ende bauen die müssen mal draufklicken, damit die ganzen Steine weggehen die werden aber eh wieder zu rum geändert das ist nicht total nervig hoffentlich kriege ich irgendeinen Texture Pack hier drauf zu laufen denn ich habe die olle Minecraft Grafik hier, die gefällt mir nicht so, kommen wir hier rein da kann ich nicht, da ist ein Streicherz, der guckt sich da um kann man nicht rein, da mit den Exo er hat aber ein kleines, ah komm, lass uns hier rein, hallo Exo hey der Tierkisten, interessant ich schau mal was der so hat hier ach ja, interessant uuuu ID auf und nicht benutzen, alles klar ok, baut es einfach ab, interessant, alles klar so gut, dann gehen wir wieder hoch ah, der hat das so gebaut aber das Problem ist, wenn man es so gebaut der kann halt das Creeper uns da drauf spawnen das sollte ich eigentlich bei meinem Haus vermeiden ich habe irgendwie, fällt mir auch gerade auch ich habe irgendwie das größte Haus jetzt schon hier lol also, doch ich habe das größte Haus hier äh ich würde mir gerne noch ein paar Schilder machen neben dem Schild machen äh und da war ich gerade einen Stick für, ne das war doch irgendwie so, so, so und so, oder ja, was ein Schilder und so der Fio und jetzt hier äh äh naja Fana da holen wir her Fana Eistee könnt ihr mir das auch hinstellen na es geht wirklich aber die geht glaube ich nicht, oder? schau mal einfach mal äh ein hoch Fana Eistee ne geht natürlich nicht, schade hier kann man jetzt nicht stellen Fana aber ich vertu mich immer, ich muss eigentlich ein guter hingehen T so oh jetzt habe ich schon keinen Schilder mehr ok, alles klar aber freut er sich bestimmt drüber ja gut ne so so äh hatte ich an unseren Kollegen was geschrieben wer verkauft überhaupt wer verkauft äh, keine Ahnung kann ich nicht sagen exo äh, so dann brauchen wir noch unsere Wassereimer die hat's hier hingetangen gehabt genau und da ist ja schon wieder eine Spinne die tänzelt glaube ich irgendwo um meinem Haus rum ja, da ist sie und sie glaubt auch natürlich weg du blödes Vieh ey ja, weil diese Viecher die in mein Haus kommen was soll die Scheiße denn so dann brauchen wir nochmal hier direkt sowas hin oh god Entschuldigung so, 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 so jetzt aber hier mal so ein einmal hin jetzt ist hier einfach ein einmal hin sollte eigentlich reichen, denk ich mal bitte muss ich aber noch Samen damit ich auch was einpflanzen kann hehehe wer gibt's denn, ne mhm so, so, so was haben wir denn Kürbis Melonen Melonen könnten wir eigentlich entpflanzen zum Beispiel wir müssen eine Erde nennen dafür äh Samen ok dafür Flex seeds was sind Flex seeds das weiß ich nicht da kommt aber Kürbis kein Deutsch mit mhm so dann muss ich die Kürbis und so das waren die Melonen, ne hier ach ja ich brauche alles ich muss die erstmal noch bearbeiten so, ok dann kommt die Melonen kommt dann da hin äh Kürbis war das ne, oder? Melonen, Melonen, Kürbis haben wir 3 so, 3 dann kommt da die Kürbis hin mhm so dann muss ich mir eben schnell noch was craften 1, 2 davon Sticks hab ich noch alles klar zack zack und zack zack auf die 5 mit dir zack zack alles klar äh Melonen sagen da hin äh äh diese schmessen fangen so hin zack äh die Kürbis schmessen einfach hier hin und die schmessen einfach dann hier hin und die schmessen einfach dann hier hin und dann so äh so ok hey zack dann ist ja ne Fockele komm her du Fockele ey so und sollten jetzt hier dann die melonen drauf kommen und so ich könnte eigentlich die melonen ein bisschen bevorzugen indem ich brauchst du mein knochen wo ich habe ein knochen weiß da kann ich glaube ich viel knochen mehr das machen wird nur drei alles klar kann ich meine melonen vielleicht hochziehen das schlecht hier wohl sollte ich gehen und es klappt so sagt sollte hoffentlich reichen hoffentlich wieder dafür ja gut machen wir eben mach die scheißkiste auf würde ich sagen dann machen wir mal vorsicht selber dort mit dann bauen wir mal unser dach jetzt zu ende würde ich sagen ich weiß aber nicht genau wie ich das jetzt machen will okay ich jetzt auch einfach sagen okay ich brauche hier einfach ein zick zack so wie die aber der hat stufen das ist der sailor das war ja sicher stufen werde ich glaube ich auch lieber benutzen wenn ich ehrlich bin das werde ich glaube ich auch machen dann kann ich auch keine Munster drauf spawnen aber da brauche ich zig millionen holz verbrauchen und ich habe nicht mehr zig millionen holz das wird ganz schön kostenintensiv werden auf jeden fall natürlich auch so ein überstehendes haus bekommen hier der neue ist der auch falsch gebaut oder egal also kann ich den nicht anbauen alles klar so ist natürlich jetzt fehl das sieht doch schon mal gut aus nice ich werde auf jeden fall viel 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 mehr stufen benötigen okay alles klar streichholz fall einfach runter der schreck mich alles klar alles klar der will mir einen herzenfakt anjahren seht ihr das leute so das sieht doch gut aus was hey wann kann ich denn hier nicht da sitzen so ach come on man was muss das so kompliziert sein ich hab hier das dix draußen da ging dann warum was bei denen in der ecke damit dann wieder überspringen ist der fakt allgemein im chat wahrscheinlich noch alles klar machen aber manno ich hab doch geschifftet warum fall ich denn runter mensch na gut dann machen wir noch mal ein paar stufen echt stufen sind verdammt teuer das muss man so by the way sagen und so noch so leicht anzubringen muss man sagen gut das hat geklappt oh man oh man Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Haut rein. Ciao.